Herzlich Willkommen! Schönen Freitagabend! Was ist eine Geisterschicht? Bei unselbstständig Werktätigen gibt's das manchmal. Bei unselbstständig Werktätigen sind Angestellte? Ja, Angestellte und Arbeiter. Und da gibt's ab und zu, wenn's noch so was gibt wie eine Stechuhr, gibt's so Vereinbarungen unter den Leuten inoffizieller Weise, dass sie sich gegenseitig ein- und auslocken und vielleicht gar nicht im Betrieb waren und trotzdem aber vier Arbeitsstunden gehabt haben, weil ein guter Freund von denen das so hineingesteckt hat in diese Zeituhr. Und wenn das einmal so ist, dass nur einer da war und für alle gesteckt hat und eigentlich 420 Arbeiter im Betrieb sein sollten und auch die Kohle dafür bekommen, aber faktisch war keiner da, dann nennt man das die Geisterschicht. Das ist so eine schöne Geschichte! Ich weiß, da gibts nochmal den ersten Appen. Das heißt, einer steckt rein und da muss der andere gar nicht da sein. Das kann aber auch der Liebhaber sein. Das ist dann die ... Das ist die Geisterschicht! Nein, danke! Freut sich, mein Tochter! Ich war auf einer Geisterschicht bei der Freundin meines besten Freundes! Es gibt ja nicht nur ... Jetzt werden wir vom Geist ausgehen, sondern auch von der Schicht. Es gibt ja verschiedene Schichten. Sagt man nicht, beim Schnaps heißt das dann nicht der Alkoholgeist? Oder ist das nicht der Weingeist? Gibt's nicht einen Geist? Durchaus! Ein Alkoholgeist! Ein Alkoholgeist! Ein Alkoholgeist! Ja, genau! Wir ließen Geist! Das ist aber bei Klosterpfannen! Das ist ja wieder was anderes! Ich mein jetzt gar nicht den Nonnengeist! Also nicht den Heiligen Geist! Sondern eher diesen rüben, sehr erdigen Geist! Der einfach ankommt, wenn du saufst und saufst und irgendwann greift der Wein schon nimmer und dann brauchst du eine Geisterschicht! Weil dann brauchst du schon den Schnaps! Das ist die nächste Schicht obendrauf! Das ist meistens die, die ja dann die Leit umkippen lässt! Wie oft passiert dir das denn? Nie! Schatz, nie! Erzählst du uns da grad deine persönliche Lebensmittel? Überhaupt nicht! Oh mein Gott! Weil ich trinke ja keinen Alkohol! Was? Überhaupt nicht? Nein, gar nicht! Wie ich vor kurzem von Asylbeerbern gefragt wurde, keinen Alkohol! Hab ich gesagt, nein, gar nicht! Und der hat gesagt, Wodka auch nicht! Ja, der hat mir dann erklärt, das ist bei einem Wasser! Das ist wie Wasser! Das heißt, ich trinke was für deine antialkoholischen Ande! Jetzt muss ich mal was verlautbaren! Ich muss jetzt auflösen! Ich glaub, ich weiß schon, was das ist! Ich wollt's nicht gleich sagen! Ja! Das ist, da gibt's eine Berufsgruppe, die ist versteckt, weil sie nicht ganz legal ist! Die haben dann immer Geisterschichten! Das sind die Menschen, die auf der Autobahn so gegen Richtung fahren! Oh, jetzt hab ich wieder Geisterschichten! Ist aber nicht unfällig! Vielleicht im Mittelalter! Oh! Mittelalter! Ist immer gut, ja! Ist immer gut, ja! Warum eigentlich? Mittelalter gibt's ja schon! Und irgendeine, da musste man ja relativ viel bewachen im Mittelalter! Und die Geisterschicht ist dann vielleicht so eine Schicht! Ich sag jetzt mal zwischen 4 und 5 Uhr früh! Es ist neblig! November! Wo einfach man niemanden sieht! Okay! Dazu brauch ich aber kein Mittelalter! Es klingt aber besser! Okay! Weiter, weiter! 4,5 Uhr! Ja! Also, gefällt dir die Geschichte? Mir gefällt's super! Aha! Dann, weißt du noch was dazu? Ich glaub, der unterbricht mich schon früher! Mehr gibt's nimmer! Nein! Aber schön! Also, ist es gut? Ja, mir gefällt's! Ich hab immer gerne Märchen dazu gemacht! Ist es nicht eher die Schicht zwischen 12 und 1? Ja! Weil um 12 kommen doch die Geister aus den Gräbern! Und um 1 müssen's glaub ich schnell wieder eine, oder nicht? Ja, das stimmt! Also, mir soll's die Schicht sein zwischen 12 und 1! Friedhof der Nuscheltiere! Kuscheltiere! Friedhof der Nuscheltiere! Wo früher alle Wächter gesagt haben, zu der Stunde möcht ich's gern nicht bewachen! Ja! Weil die Geisterschicht mach ich ned! Ja! Die Geisterschicht kennt's euch nimmer, gell? Ich sicher ned! Die Stunde nach Mitternacht! Ja! Ja! Und dann gab's natürlich Wächter, die haben die Stunde sehr wohl gemacht, sind aber verschwunden! Ja! Sind die wieder aufgetaucht! Ja! Wo sind sie? Die Geister rollt! Siehten Sie das auch so spannend? Ja! 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 Entschuldige. Kannst du eigentlich golfen? Oder Tennis spielen? Wir könnten diese DVD zusammen anschauen. Weil du grad dabei bist, bei mir sind Abosspritzer. Ich bin da relativ weit her. Wunderbar. Ich wollte nur sagen, die Antonia, ich will uns leicht links liegen gelassen von euch. Entschuldige. Selbstverständlich. Hoi. 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 Das ist ein bisschen schöner. Danke, Gerrit. Danke. Du, Rotlein, wenn du was polieren willst, bist du eher richtig. Okay? Okay. Ja. Bin mir nie sicher. Snooker oder Karambol. Okay. Ja, großartig. Das ist immer der Punkt, wo ich denk, wir brauchen diese blöden Fragen gar nicht. Wir müssen nur was umschütten. Lass uns einfach tanzen. Wir können uns auch so anschütten. Was war die Frage? Geister. Geister was? Ja. Die Geister. Vielleicht ist deswegen grad der Geist gekommen, der hat alles umgekaut. Der hat jetzt Schicht. Der hat jetzt grad Schicht. Jetzt ist die Geisterschicht. Das ist die Lösung. Na, die Geister Schicht ist, wenn wir alle gehen würden und wir dann nur noch irgendwelche Automaten, Sprechautomaten hinsetzen würden, die eure Arbeit erledigen würden. So wie es in Fabriken manchmal ist. Und nicht nur in Fabriken. Ich meine zum Beispiel im Radiostudio. Nein, wenn einfach nur noch Automaten, Maschinen die Arbeit erledigen. Manchmal wird in der Nacht umgeschaltet auf den Maschinenbetrieb und das nennt man dann Geisterschicht. Gibt's im Radiostudio, wo keiner mehr da ist und nur noch der Selektor, das Musikprogramm macht die ganze Nacht hindurch die Arbeit. Das nennt man Geisterschicht. Die Rubrik Piktogramm kennst du noch, oder? Ja, da sehen wir irgendein Bild, wo man was machen darf, soll, nicht darf, muss. Gut, gut, gut. Schau, hier haben wir wieder was, was Schönes. Bitteschön, was darf man hier tun, was soll man hier tun? Duschen Sie sich, Sie stinken. Achtung, für alle, die eine Lichtnahrung machen, das ist eine Lichtnahrung. Sonnentherapie. Lichtnahrung? Für Lichtnahrung. Es gibt Leute, die erlernen sich nur vom Licht. Ja. Warum nicht? Sicher, wenn ich auf der Kabarettbühne stelle, ist oft so eine starke Überleuchtung, nehme ich automatisch zu. So? Das ist Lichtnahrung. Du solltest mal mit Fettarmen Licht probieren. Nicht unter das UFO stellen. Mit Lichtleit. Mit Leitlicht. Nicht unter das UFO stellen. Nicht unter das UFO stellen. Nicht unter das UFO stellen. Es saugt Sie hinauf. Vorsicht, Sie werden ja entführt von UFO. Ja. Oder stellen Sie sich unter den Brautschleier, er fällt dann von selber runter. Ein Braut kommt von hinten. Oder Achtung, Burka zu groß. Der Braut und die Bräutigam. Wie stört das, dass es nicht ganz in der Mitte ist? Aber das hat nichts zu bedeuten, oder? Das hat nichts zu bedeuten. Das macht mich ganz nervös. Normalerweise stört mich so etwas und mir ist es noch gar nicht auf. Jetzt macht es mich an. Vielleicht etwas Religiöses. Er geht ins Licht. Ja. Für tote Menschen. Selbstmord-Aufforderung. Gehen Sie ins Licht. Gehen Sie ins Licht. Richtig. Gehen Sie auf. Ich stehe auf. Quasi das Pictogramm zu dem Ausspruch, geh sterben unendlich. Ist das das Pictogramm dazu? Waren wir schon irgendwo nahe dran? Nein, überhaupt nicht. Wer hat Ihnen was mit Licht gesagt? Nein, Licht. Gehen Sie ins Licht oder irgendetwas? Wenn man ins Tunnel ein geht. Wenn man die Augen ins Tunnel ein geht. Wer geht in ein Tunnel ein? Wer fährt. Fährt. Oder fährt. Okay, gut. Und dass man dann die Augen sieht, dass das irgendwie verändert mit den Augen. Dass man da was schlechter sieht. Ja, aber aus dem Tunnel kommt. Zwischen Wien und St. Böten. Da gibt's ein Tunnel. Wenn man reinfährt, wird's dunkel. Wenn man rausfährt, wird's höhe. Das ist einfach dieses ... Wacht, wie man gesagt. Die Kurzbahn. Oder es heißt ... Ja, ja, ja. Oder es heißt, wenn man sich das ganz genau anschaut, könnte es auch heißen, Lassen Sie sofort eine Röntgenaufnahme machen. Sie haben keinen Hals. Ja, aber wir, ganz ehrlich, haben wir auch nicht mehr den Hals. Schön. Es hat uns eine Dame, eine Zuseherin aus Portugal mitgebracht. Von der Metropolizei in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Ja. Und das ist ja rausgenommen aus einer Serie von Piktogrammen, die auf etwas hinweisen sollen. Ich zeig euch einmal zwei aus dieser Serie. Naja ... Ampelbärchen sind das da wieder. Das sind keine Ampelbärchen. Das sind keine Ampelbärchen. Das sind keine Ampelbärchen. Habt ihr eine Ahnung, worum sich das ... Taschendiebe. 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 Sicherheit, Metro ... Vorsicht, Taschendiebe. Vorsicht, Taschendiebe. Vorsicht, Taschendiebe. Die kommen von hinten oder vom Wirkt. Ja, ja. Nein, 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 nein. Wir lösen es jetzt mal Schritt für Schritt auf. Ich find's aber schön, dass die Diebe da weiß sind und nicht die schwarzen. Piktogramm ist falsch. Warte. Sag einmal. Ja. Du, dann schauen wir mal. Wartokal darf nicht die Steiermark werden. Gut, pass auf. Also, ich zeig euch jetzt die ganzen Piktogramme, die in dieser Serie sind. Tatsächlich geht es um Taschendiebe. Also achten Sie auf Taschendiebe. Dann sollst du auch in der Metro nicht einschlafen, falls das dir der Koffer nicht ... Weil es könnte jemand mit einer Aktentasche vorbeikommen. Nein, dann hätte er eine weiße. Er hat ja die schwarze vom Schlafenden. Gut. So, und jetzt kommen wir zu den Piktogrammen, die ich euch ursprünglich gezeigt habe. Hier geht's darum, dass Körpernähe vermieden werden soll, weil es natürlich jemand, der was aus dem Taschloch fladern könnte. Und hier sollst du während der Nacht in die hellen Areas gehen. Also in die ... In der Nacht? Natürlich. Wir waren im Tag sehr höh. Naja, nicht in der Metro. Nicht blöd, nicht blöd. In der Metro kann's auch tagsüber dunkel sein. Also man soll immer bei den beleuchteten Stellen warten, damit man nicht im Dunkel überfallen werden kann. Aber darum kuscheln Männer so ungern, weil sie Angst haben, dass einem die Frau was stiehlt. Ja. Mit Recht. Ja. 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 Grüße. Ja. 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 Ich glaub, das hat Keith Richards erfunden. Und zwar hat der die Asche von seinem Vater geschnupft. Ja, wirklich. Der hat das wirklich gemacht. In seinem Drogenwahn hat der die Asche von seinem Vater sich reingezogen, weil er glaubte, das ist Koks. Und ich glaub, der hat dann eine Firma gegründet. Der hat dann eine Firma gegründet und sagt, scheiße, ich hab die Asche von meinem Vater ist weg. Es ist doch go, ich brauch die Asche wieder, weil sonst wird die Familie grantig und so weiter. Es ist doch go. Also wenn du einen Verwandten verlierst, holst du dir die Asche wieder von irgendwem anderen. Ich bin so froh, dass du hier bist, um endlich das Niveau zu heben. Ja gerne. Das ist schön, dass du darfst. Das Niveau zu heben. Ehrlich? Wo habt ihr das? Ich hebe gern das Niveau. Entschuldige, wie kommt das in ein Puppengeschäft? Wir wollen in ein Puppengeschäft einkaufen. Das ist die Gürtelpuppe. Aber die Richtung ist gut. Oder streuen. Es muss ja nicht um die Asche vom Kremierten gehen, sondern ... Oh, ich weiß es. Bei Glatteis, damit man gehen kann. Ashes to go. Wo? Freut mich mich auf. Die Olle. Ashes to go. Kann ich das fangen? Ich probier's. Ich probier's. Ich probier's. Das ist gut. Das kannst du dann verwenden. Y. M. C. E. Vorsicht. Vorsicht, hopp, hopp, hopp. Was ist denn daran so schwer? Aber es ist ihr nichts passiert. Sie sagt, es geht ihr gut. Ja. Die verwandeln sich um Mitternacht in Cinderella. Vielleicht haben sich die Vulkane alle aufgeregt. Das Vulkan ist eine Beleidigung. Das ist politisch nicht korrekt. Das heißt jetzt nicht Vulkan, es heißt Ashes to go. Die Vulkane wollen nicht mehr Vulkane genannt werden. Michael, es heißt Vulkanin mit Binnen-i. Nur die Vulkaninnen. Die Vulkaninnen. Nein, bei Coffee to go, das wir alle kennen, geht's darum, dass du dich früher wo reingesetzt hast und Zeit gehabt hast und einen Kaffee getrunken hast. Aber jetzt hat man ja nicht mehr die Zeit und möchte trotzdem einen Kaffee trinken. Also kriegt man Coffee to go in einer speziellen Verpackung. Einen kleinen Espresso-Aufspüß auf einen halben. Genau. Und jetzt ist es mit der Asche genauso. Früher? Wo braucht man Asche? Ein kleines Heizstöfchen. Weißt du, wenn einem kalt ist? Ein kleines Öffchen. Man hat keine Zeit mehr zu Hause zu sitzen. Nein, Worte! 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 Worte hat keinen Zeitpunkt. Und dann kannst du gehen, wie du halt jetzt einen Kaffee holst, holst du dir einen kleinen Griller, den schnallst du dir um, mit drinnen der Holzkohle, und kannst während du Zeit Warum wirst du drauf? So, Kollegin. Aber das wär ja dann Barbecue to go. Barbecue, das wär Barbecue to go. Nicht Ashes. Außerdem stellen wir vor, die Leute mit dem Coffee to go in die Straßen bauen. Einsteigen. Wie du mit Barty. Mit Gröhler in die Straßen bauen. Es muss ja immer alles schneller gehen, effektiver. Genau, genau. Eben. Und das gehört aber dazu. Dann ist es doch das Begräbnis. Es ist doch das Begräbnis. Nein. Es ist eine Vorstufe des Begräbnisses. Du fährst vorbei. Rechts ist der McDonalds. Du kriegst einen Hamburger. Du hast den Opa rein. Bis der Hamburger da ist, ist der Opa verdreht. Dann hast du den Hamburger. Dann nehmst du den Opa. Dann fährst du los. Ja. Knapp. Knapp daneben. Aber es funktioniert so. Du fährst wo rein. Dann kommt die Asche. Und dann fährst du wieder raus. Aber für was brauch ich Asche? Ja, dass du nicht. Asche auf mein Haupt. Asche auf mein Haupt. Kirche. Kirche. Kirchliche Riten. Kirche. Na, was gibt's denn mit Asche und Kirchliche Riten? Aschen-Mittwoch zum Beispiel. Asche. 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 Hallo. Asche. Und ich meine nicht den Rapper. Asche. Asche-Mittwoch. Ich hab sie nur falsch verschrieben. Das wär ungewegen. Ach so, was macht man in der katholischen Kirche? Macht man was mit Asche? Frage, wann kriege ich denn Asche? Was macht man da wirklich mit der Asche? Aschen-Kreuz, ne? Aschen-Kreuz. Danke. Das Aschen-Kreuz, natürlich. Am Asche-Mittwoch kriegst du Aschen-Kreuz. Ja, da gibt's auch so ein Aschen-Kreuz. Das ist eine Hetzung. Das kostet nicht viel. Warum steht es dann Englisch dort? Weil alles internationalisiert wird. Weil es vielleicht eine Frage ist, aus den USA. Und auch dort gibt es Gläubige, die am Asche-Mittwoch ein Aschen-Kreuz bekommen. Und weil sie keine Zeit mehr haben, Achtung, gehen sie in den Drive-Thru Ashes-To-Go. So, und jetzt passt's auf. Nein! Jawoll! Und weiter geht's. Und weiter geht's. Einmal Ashes-To-Go. So gut, oder? Glückwunsch. Was ist das Nächste? Aufersteh-To-Go. Aufersteh-To-Go. Taufe-To-Go. 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 Also gibt's Du ein Drive-Thru Wedding auch? Es gibt ein Drive-Thru Wedding. Ja. Wirklich schon gemacht? Zweimal schon. Taufe-To-Go. Tambahui da submONE Ihm. Taufe-Taufe! Taufe-Taufe! Taufe. Taufe-Taufe! Taufe-Taufe. Taufe! Taufe! hat die Frau dann das Auto da gestes Fuß haben. Die nächste Frage führt uns nach Frankreich. Na, ganz gut. In ein beschauliches Städtchen, das da heißt Wann. Wann, Wann. So wie Kann, nur mit V statt C. Aber so spricht man Wann. Dort hat die Polizei unlängst einen 22-jährigen Mann verhaftet, der gerade dabei war, ein Schlauchboot aufzublasen. Und ich möchte von euch wissen, warum wurde er verhaftet? Weil er dabei gesungen hat. Ich hab ein Knall. Rotes Kumpiboot. Rotes Kumpiboot. Das hat gepasst. Nein, ich glaube tatsächlich, dass er es versucht hat, mit seinen 14 aufzublasen. Moment. Das Schlauchboot hatte die Form eines männlichen Körpers. Also er hat quasi eine Sexpuppe aufgeblasen. Es war aber ein Schlauchboot. Naja, du kannst ja, das kannst du ja machen lassen. Aus dem Günther kannst du ein Schlauchboot machen. Zu Sexpuppe. Nein, nein, das war ein Schlauchboot in Form eines Menschen und am Penis hat er aufgeblasen. Probiert habe ich es auf der Ecken. Probiert habe ich es auf der Ecken. Der ist gekniet und hat aufgeblasen. Ja, aus der Polizei ist gekommen. Die Polizei sagt, no, 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 sie können nicht machen. Eine Defalation mit dem Boot ist verboten. Und hat ihn eingeführt. Aber die ganze Geschichte ist eigentlich ein Nirwaranig-Gernot-Sketch. Hallo, hallo. Nein, das glaubt mir. Gernot hat mir gesagt, die kann ich mit den Schuhen raufblasen. Sonst haben wir nichts. Einmal habe ich mit den Schuhen raufblasen. Ich mach mal vorhin. Du liest dir jetzt mal diese Geschichte durch. Ernsthaft? Wir sollen das jetzt nachspielen, oder was? Du sagst mir die Antwort. Ich will Schlauchboot. Lies dir das mal durch. Kannst du uns so instruieren, dass wir es nachspielen? Dann kannst du diese Antwort... Ich komm jetzt zu dir, das muss ich machen. Komm her, mein Hase. Komm her. Wenn er mein Hase sagt, wird's oft teuer. Komm, du mal Chossi sitzen, komm. Aber ich hab meine Lesebrille da. Chossi sitzen. Okay. Das ist aber wahnsinnig lustig. Das ist aber wahnsinnig lustig. Das ist wirklich wahnsinnig lustig. Bist du es uns jetzt vor? Schon, oder? Du verarschst mich jetzt nicht, gell? Nein, ich verarsch nicht, das ist wahnsinnig. Meine Damen und Herren, wir werden die Antwort gespielt bekommen. Juhu! So! Ja! Schlauchboot! Juhu! Wir befinden uns, und die Geschichte, die Sie jetzt sehen, ist wahr. Wir befinden uns auf einem Werftgelände in Wann. Deutschland, Britannia, Frankreich. Ich bin der junge Mann. Ich möchte einfach noch der junge Mann sein. Wer ist der Kibara? Wer ist der Kibara? Bitte? Wer ist der Kibara? Ich bin der Kibara. Ja? Du bist der Mann. Du bist der Bläser. Aber auf Französisch. Das ist scheinbar. Das ist scheinbar. Ja, auf Französisch. Spielen wir schon? Bleib so, ich komme ins Bild. Ich komme ins Bild. Spielen wir schon? Spielen wir schon? Ich gehe in der Achse rein. Ich gehe in der Achse rein. In der Achse. Da brauche ich nicht. Okay. Okay, er spielt Pssst. Friere Chacke. Friere Chacke. Friere Chacke. Friere Chacke. Er muss auch für eine junge Mann so sein. Hu! Mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! Mon dieu! Merde! Pssst! 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 Ich sehe ich nur noch. Er glaubt, es ist ein ... Excusez-moi Monsieur. Das gibt es ja nicht. Excusez-moi Monsieur. Was ist das Problem? Was machen Sie? Er ringt um seine Lebe. Ich muss ihn retten. Das ist wirklich wahr. Wir haben ein Problem. Wir haben hier ein Problem. Helfen Sie mir! Helfen Sie! No, no. Sie können machen die Herzmassage. No, no, Monsieur. Das ist ein Schlagboot. Das ist kein Mann. Das ist ein Schlagboot. Das ist doch ... Das ist mein Bruder. Friere Chacke. Wir haben ein Problem. Friere Chacke. Friere Chacke. Ich werde Sie ... Ich muss Sie leider verachten, weil Sie sind Idiot. Das ist ein Bruder. Kommen Sie. Ich muss leider ... Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Schacke! 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 Anja Rimas. Schacke! 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 Allein! Schacke! Nein! Schacke! Schacke! Stoff! Nein! Schacke! 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 Love us, danke vielmals. Wir haben heute bei der Redaktionssitzung darüber gesprochen. Und ... Wie geht's dem Jakob? Das ist der Wahnsinn. Der Mann, der hat tatsächlich geglaubt, das Schlauchboot stirbt, hat eine Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht und er hat die Rettung gerufen. Er hat die Rettung gerufen und die Polizei hat dann gesagt, Sie brauchen nicht kommen, das ist nur ein Schlauchboot. Ehrlich, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Aber ich freue mich sehr, weil wir haben heute bei der Redaktionssitzung darüber gesprochen und gesagt, Leute, wenn ich das nur vorlese, ich glaube, der Nia und der Gernot können das hervorragend spielen und ich hatte recht. Ihr seid großartig, danke, ihr seid großartig. Danke vielmals. Die nächste Frage ist ein historisches Rätsel. Und zwar Mitte des 20. Jahrhunderts, also so in den 1940er bis 1960er Jahren, wurden vielerorts Waschmittelpakete in die Fenster gestellt. Und ich möchte von euch wissen, wieso. Wann? Entschuldigung. Wie viel Uhr? In unserer Jugend. Nein, sei da. 1940 bis 1960, also Mitte des 20. Jahrhunderts. Das war die Zeit, als Männer keine Jobs hatten und die Frauen beim Weggehen zu den Männern gesagt haben, putz einmal die Fenster. Mit Waschmittel? Ja, mit Waschensonst. Ja, aber... Fensterreiniger. In den 40ern haben die meisten Männer einen Job gehabt. Also... Im Ausland hat es wahnsinnig viele Jobs gehabt. Auf Weiß. Ich weiß. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, weil ich finde schon einen Unterschied, die 60er und die 40er. Ja, das ist ein großer Unterschied. Ich sag mal so, eine Persilbox 1940 in Berlin ins Fenster stellen, ist gerade schon anders wie 1960, heißt es dann. Hier ist alles Persil rein. Und in... Im 45er hat es keine Fenster gegeben. Naja, in Berlin. Siehst du, und so kommt man drauf, ja? Weil das wäre der nächste Tipp gewesen, den ich erst im Laufe dieser Raterunde hätte geben sollen dürfen. So, es war nämlich nur in engelsprachigen Ländern. Wir reden von Großbritannien, wir reden von den USA, wir reden von Neuseeland, wir reden von Australien. Und dort war das ein Brauch. War das so ein Statussymbol? Ich hab eine Waschmaschine. Es war kein Statussymbol. Und das Lustige daran ist, dass die Auflösung dieser Frage schon als humoristische Antwort im Rahmen der bisherigen Sendung gegeben wurde. Ach so, die hatten keinen Bettbahnhof und haben aber gesagt, damit geht's raus. Ich wurde schon gebeten. Ich muss jetzt sparsam sein, das ist auch wenn es klein ist. Sehr jämmerlich. Ja ey, ich hämmer das noch auf, wir haben noch ein paar. Entschuldige, magst du lieber tauschen? Nein, lesen tue ich nicht. Was egal, welche Waschmittel? Nein, Moment, Achtung, Achtung, habt ihr es mitgekommen. Er hat eine gute Frage gestellt. Was egal, welche Waschmittel? Nein, eben nicht. Persil? No. No Persil. Welches dann? Als Tipp? Persil. Oder ist der Tipp dann schon? Nein, der Tipp ist noch nicht. Aber geht's doch mal auf diesen Tipp, wo ich gesagt habe, dass diese Antwort schon gegeben wurde. Aufgrund einer humoristischen Äußerung. Bei der ersten Frage war das, glaube ich. Was war die erste Frage? Die Geisterschicht. Die Geisterschicht. Die Geisterschicht. Die Geisterschicht, ne? Die Geisterschicht. Ah, eine Schicht ist eine Schicht. Und jetzt müsst's vom Wasch mit wasch drüber. Ah, das war das Zeichen für die Liebhaber. Du kannst jetzt herkommen. Ich hab mich gewaschen. Jetzt bin ich. Nicht nur sauber. Sondern ein. Wieso gehst du nur davon aus, dass Frauen fremdgehen? Nein, Männer gehen ja auch fremd. Das ist in meinem Freundeskreis. Auch Männer hat's freigestellt. Verschäffst du Weißer Riese, wartet auf Persilie. Nein. So, ich bin doch nicht allein. Oder wie heißt der Meister Popper? Meister Popper kommt zu Besuch. Und jetzt müsst ihr doch auf das Waschmittel kommen. Das ist einfach das Zeichen. Also ein Englisches dann wahrscheinlich. Nein, das gibt's auch bei uns. Omo. Oder gab's bei uns. Wau, 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 wau. Omo. Und wieso Omo? Weil Oma und Opa außer Haus sind. Nein, das stimmt jetzt. Und was ist da? Das stimmt. Na, jetzt schau mal. Was ist da? Du kannst als Omo ja quasi ein Akronym bilden. Ja. Das ist ein Akronym. Omo für Omo. Omo für Omo. Omo. Englischsprachige Länder. Moo. O? Was? Nein. O-M-O. Old. Man. Out. Und wenn du jetzt, als Frau, hast du das Omo so reingestellt. Old Man Out. Und die hat mich gewaschen. Na, mo. Ja. Und wenn du ein Mann bist, dann hast du das einfach umgedraht. Und dann war O-W-O. Old. Old. Old Man Out. 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 Old Woman Out. Das war quasi die Unisex-Variante. Aber das konnte jeder verwenden. Dann sind sie mit dem Auto in die Box gefahren. Das geht eh in Österreich auch ohne meinen alten. Das Ding der Woche findet Katharina Strasser sexy. Also, mir ist es zu lätschert, z.B. Ist sogar mir zu lätschert. Aha, man kann's also offensichtlich in den Mund nehmen. Das ist ja immerhin schon mal was. Ich hab's nicht in den Mund genommen, ich hab's an den Mund angelegt. Ja, das reicht oft. Das ist noch alter. Ich muss kurz den Damen und Herren zu Hause zeigen, wozu das Ding der Woche dient. Hier kommt das Insert. Ja, ich hab's in den Mund genommen. Willst du's auch mal in den Mund nehmen? Wahnsinn, wir machen's doch so lange. Nein. 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 Verbittete Damen, die in so einen Sex-Shop gehen und dann sagen, ja, mein Selika, der hat's eh nimmer so gebracht, die Mecher zu müssen. Ja, des is gut. Das is gut. Das is ... Mei ... Das erinnert mich an mein Erwin. Mei Erwin, mein Gott. Wir waren unzertrennlich. Wir waren unzertrennlich. Wir waren unzertrennlich. Aber wie? Aber wie gehört das? Bitte schön, mein Lieber. Oh. Oh. Sehr geehrtes Mitleid. Ich hab den Eindruck, alles Wesentliche ist gesagt. Rauchen geht ein. Jagdhilfe. Ja. Kann man's rauchen? Ja, vielleicht eh so ein Signalhorn für eine Latex-Bauty. Für Fetischisten. Hält man beim Fenster aussehen, oder was? Für Fifty Shades of Maurer. Da ist es da öffnet. Der Öl-Brullern ist geöffnet. Achtung, Achtung. Gellengardt. Das hätt mein Erwin g'fallen. Das hätt mein Erwin erfreit. Du musst mal schauen, wie das ausschaut, wenn man's so macht. Schieb bitte das Alien weg. Danke, Katja. Du bist so kooperativ. Ich glaube schon. Er kann nicht hören und reden gleichzeitig. Ja, klar. Hören und reden kann ich schon. Ach so, aber? Ich kann nicht Sex und Hören gleichzeitig. Das geht nicht. Das ist aber schade. Das ist aber schade. Sex und Hören. Ja, das geht nicht. Schade. Aber sitzen und nachdenken geht einfach nicht. Danke, Thomas. Dadurch, dass es da oben so eine abgeflachte Stelle hat, die ein bisschen an das Mundstück eines Blasinstrumentes ... Erinnert? Erinnert? Ja. Blasinstrument. Das wird mir ja noch sagen dürfen in der Sendung. Der Sog? Blöde. Wir haben nicht mehr ... Instrument schon nimmer so. Hast du Instrument g'sacht? Du bist der Ernst. Urark. Genau, okay. Entschuldige. Diese Sendung hat Assoziationskrebs. Unheilbar. Unheilbar. Ich glaub, der hat ... Nervig. Ja, ich mach's jetzt einfach so, wie der von mir vergötterte Victor Gernot. Ich klinke mich aus dieser Frage aus. Na, der ist ja dann so. Du, sei vorsichtig. Der kommt da drauf. Entschuldigung. Wenn man in jedes davon ein gleich langes Stück Holz einführt, kann man sich das Tisch haxen nehmen. Ja. Natürlich, klar. Und wo ist die Tischplatten? Natürlich. Ja, ja. Du brauchst vier davon. Ich brauch vier davon. Nein, 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 nein. Dafür ist es nicht gedacht. So sieht man mal nix. Okay, das ist gut. Eine Spielfigur fährt über die Menschen. Das ärgere dich nicht. So auch nix. Nein, nein. Vier davon heißt natürlich, dass man sie so wie Tischhaxen verwendet. Ich mein, was ich ja sagen muss, ist ja das Zeichen ... Was ja ... ... mein ... Meines Erachtens nach für ... Was ist los? Hallo, 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 hallo. Ha! Ich hab was gesehen. Was ist denn? Rudle ist im Moment für ein paar Minuten ... Nein! Weißt du's? Ich hab genau gesehen, was sie gemacht haben. Ich hab genau gesehen, was sie gemacht haben. Wie ist das, oder was? Der Feind in meinem eigenen Bubbel. Was haben sie gemacht? Nix, 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 nix. Achtung, da wird jetzt ... Das ist so ... Rudle darf runter. Rudle, du warst das schon. Rudle, du warst das schon. Ich glaube nicht, dass sie's daheim haben. Was? Sind Sie mit Süßwaren käuflich? Wir hätten da so Schokolade. Was? Nein, ich wollt grad sagen, es ist so ein Besteck drauf. Und ein Glas. Ein Besteck und ein Glas? Ja! Ich red noch einer Karte mit ihm. Maura, Maura, komm sofort zurück. Wehe, du lässt nicht auch vom Publikum ... Maura, du bist eh so g'scheit, du brauchst nix, wenn der einen sagt. Nein, es ist ein Glas. Es schaut aus wie ein Weinglas und eine Gabel. Das ist drauf. Versteckerwurt. Und ... äh ... ja, genau. Ja, was? Na ja ... Was kann man in ein Glas noch alles reintun? Ein Wein. Außer Wein. Was hast du früher reintun, als du noch kleiner warst? Okay, der Rudel hat verstanden. Wasser. Bier. Himbeersaft. Himbeersaft. Und? Und ganz früher? Milch. Ah! Ich hab selber Milch, Milch, Dingsbums ... Bier. Na, was Milch? Zuführer. Was Milch zuführer? Für Vierlinge. Für Vier ... Ein Arschmopper! Ja, ja. Aber welche Frau hat vier Brüste? Ja, eben. Vielleicht geht's nicht um eine Frau. Vielleicht geht's um eine Kuh. Und vielleicht ist es ein ... Aber früher im Sexmusum im Brat, da war eine. Ich glaub, sie war ausgeschnitten und zampig. Vielleicht ist das ein Zitzengummi für eine Kuh, wenn man ... Na, geschleicht, ey. Ein Zitzengummi. Ich weiß das schon lang. Ja. Sie kriegen jetzt aber leider keinen 300-Euro-Bücher-Gutschein. Nein, aber zwei Geschenke kriegt sie. Der sogenannte Zitzengummi einer Melkmaschine. So wird das dann ... Hast du ja gedacht, wenn der Melk eine rohe Hände hat? Nein, 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 nein. So wird das angesagt. Damit wird gemolken. Damit wird gemolken. Die Vorbesecht war wahrscheinlich pflichtig. Ja, wirklich. Ja, ja. Also, mir ist es lätschert. Ja. Deswegen kommt sie da in so eine Metall-Vorrichtung. Das ist halt ein Bio-Bauernhof, als es grün ist. Ja, genau. Und wieso? Da ist aber gelb. Ja, eben. Ist ein normaler Bauern. Fürs Vanillejoghurt. Ja. Das ist Vanillejoghurt. Ja. 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 Ja.